An einem schönen Nachmittag habe ich Zürich angeschaut. Ich bin durch die Altstadt flaniert, habe im Grossmünster den Kreuzgang gesehen und beim St. Peter das grösste Zifferblatt von Europa. Am Schluss bin ich durch die Bahnhofstrasse gepummelt. Vor einem dieser vielen Bankenpaläste war am Trottwarrrand ein rassiges Sport-Gabriolet-Parkier. Wie gemacht, um ein wenig Höhe anzugehen. Ich habe sofort mein Fotoapparat mit dem Stativ aufgestellt und auf den Selbstauslöser gedrückt. Dem bin ich wichtig neben das Auto gestanden. In dem Moment hat mir ein Polizist auf die Schulter geklopft und gesagt